Hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video auf diesem Kanal und heute mache ich einen Prank mit so einem Bierprank und an meinen Vater und ich blauze nicht sehr viel, ich blauze aber sehr viel, dann bis gleich. Bis gleich. Okay, los gehen wir wieder einmal. Ich will jetzt sagen, dass er herkommen soll, um das Bier zu drüben. Also, Bier. Papa. Bibi. Papa, weißt du was, was in dem Bier war? Nein. Das reicht. Hat es gut geschmeckt? Arschloch. Ihr habt das gehört, Leute, und ich freue mich, wenn ihr es abonniert, wenn es auch gut war, und bis es gleich noch drin ist, das heißt, und bis nächstes Video. Bye, bye.